da waren wir ja gerade eigentlich oder baue holz ab da hinten waren wir noch nicht oder wo wollt ihr hin greasy grove oder dahinten ist egal ich war bei beiden der da in der pfütze links aber das absprungverhalten scheint sich geändert zu haben im trio sorry ich muss weg meine gerne von mir tut mir leid alles klar schönen abend noch ja ich auch sorry wahrscheinlich überlegt dass die älter wahrscheinlich aus der ist aus raus schade jetzt selber laufen das soll ja ich bin schon noch da also ich höre noch stelle die verbindung her damit das aufhören kann das spiel also sorry du bist echt leid du bist kein problem also alles alles schick brauchst du gar keinen gedanken ok also dann kümmer dich um deine kleine tschüss ebenso tschüsseldorf tschück die älter was auch immer das bedeutet so was was wollte ich immer mal irgendwie holzhack ich glaube also ich hatte auch den holzhacker auftrag aber ich glaube ich habe meinen damals schon füllt ja mein erstes was ich gemacht habe waren die drei da ist aber dass man nichts kennt kann jetzt echt ich hätte natürlich hin und zu scannen ich habe eine sniper und ein mk7 und ein stachlermaschinenpistole teil ich glaube ich das mk7 wäre ich interessiert aber ich habe gerade eh keine munition mehr da sind zwei sind in der gegend ich habe da auch schützt du hast recht das sind zwei und ich habe keine munition mehr schau mal was der hat oh sorry ne passt schon da ist da drin noch einer boah ich habe ihn sehr gut ja ich dachte ich ich dachte ich mache jetzt die tür auf und sehen dann aber dann war ich nur in dem raum gestanden ich hole mal noch ein bounty achso du hast nicht bounty guck ich hab wieder schutz jagd jemand hier ist ein ding was da äh sniper ich weiß nicht ach okay äh ja dann äh kann ich das aufs werden nö ich habe nicht gemacht ich kann nichts aufs werden so aber hier sind doch irgendwo die Truhen sagte mir die ganze zeit ganz oben wahrscheinlich komm ich da hin wahrscheinlich ja ach da ist eine ich sehe nicht die man nicht freischießen und hier ist eine jetzt ein shotgun automaten äh der mit dir in blau äh ich bin hier an einer vorbeigesprungen in irgendeine Truhe äh wo bist du? da äh rechts von dir jetzt ähm woher weißt du woher ich schaue? ja auf der karte äh ok pass auf bleiben wir stehen da ist sie eng ah woher weißt du woher ich schaue? sehr schön da ist ein Gears of War äh Graffiti das ist ja lustig ja aber hinter so ne ja äh alles ja alles zum verstecken ne also Gears of War ist ja so ein Deckungsshooter ja ach so stimmt das habe ich dann irgendwann aufgehört gab es einen Boss der ging der war mir zu nervig ich habe es irgendwie nie gespielt ich weiß nicht warum obwohl es mir ja nicht gefallen könnte mhm da ist noch ein großes Schild dran aber das macht komische Geräusche komische Geräusche was? ja das weiß ich nicht also macht Fluggeräusche oder irgendwelche komischen Geräusche mhm ich glaube das ist das wo der Ding vorhin gesagt hat dass er gedacht hat äh dass da Raketen abgefeuert werden ja also sie haben schon ein paar Sachen verändert also man muss sich schon ein bisschen wieder dran gewöhnen auch an die Kulisse und so ähm was ich cool finde ähm ich habe das Gefühl dass sie gerade was den Sound angeht ein bisschen realistischer gemacht haben also du hörst also diese das das die Shells hörst du jetzt fallen wenn du sie äh wenn du nachlädst du musst äh du musst äh du musst holz sammeln oh da kommt jemand ich habe jetzt eindeutig zwei flüssig gesehen wer muss holz sammeln ich ja Tatsache also ich habe jetzt ich habe jetzt äh das mit dem Ding mal ausprobiert mit dem Zelt ähm du brauchst tatsächlich nochmal ein Zelt damit du äh gebunkerte Waffen einsammeln kannst wieder das hat durchaus was für sich also da kannst du zumindest dann sag ich mal einigermaßen garantieren dass du eine Runde die Waffe kriegst die du brauchst oder möchtest okay ah ja okay ich habe mein Zelt immer weggeworfen ähm ja so ja gut ich meine ich bin jetzt sicher also das mit dem Baum dass der Baum einen erschlägt das finde ich auch krass ist mir noch nicht passiert hab ich auch nicht gesehen also also da äh rollt grad so ein Stamm rum ah ok und also der platzt nicht einfach nur sondern der erschlägt dich wenn du dich dahinter Deckung suchst also Bäume sind jetzt durchaus zweischneidige Deckung weil wenn wenn er kaputt geht dann kann sein das mehr Schaden macht als die Kugeln die dich sonst getroffen hätten oh fick ich glaube wir haben voll verpeilt dass wir weg sollen ne wir haben noch zwei Minuten jetzt aber ja wir sollten ah ok achso ich dachte er kommt auf uns zu ne ne ich hab das bisschen im Blick ich hab's natürlich mal wieder nicht im Blick ich hab nur gesehen mein halber Bildschirm ist lila alter weg äh da ist der Hi ja aber Hi achso gehst du drauf los ja nur achso gehst du drauf los gut gut ja der hat mich vorhin auch schon so hat er mich raus geworfen oder was ja ok warte mal ich steig ok fliege kein voll mit dem Ding in die Gegend Kopfgeld fehlgestanden ja Kopfgeld ja auch also ich beteilige mich mal jetzt nicht an der Jagd ich da hättest du ein Zelt ne da muss ich das Konzept noch verändern ist das dann einfach in der nächsten Grund an der Stelle oder ne äh wenn du noch ein Zelt findest und das aufbaust dann kannst du deine eingelagerte Waffen wieder rausholen ich glaub das wäre nix ich lass das jetzt nochmal ja der hat auch keine Health Bar gekriegt also irgendwas ist mit dem komisch mit dem Hai ich hab ne ebene Kiste jetzt hast du knapp 2 Minuten noch ne blaue Kiste ja und da war ne goldene Sniper drin uuuu nice aus der Richtung wird geschossen ah ok jetzt bist du nicht dann gucke ich mal ich komme jetzt ein bisschen zurück hier siehst du irgendjemand mhm ah doch da ohja alter dreimal daneben geraten kann das auch der ist einfach zu weit weg der Sack aber ich glaub der Hai hat ihn gefressen ne ne das war ein Wolf ich glaub der macht nix mehr ja wir sollten aber weg ja ich schwimm hier den Fluss hoch und runter ah ok irgendwie geht der Fluss über ne Biegung das ist komisch könnte so ja und dann verschwindet er was ist denn das ach ne da hinten geht er weiter ah ok also ich hab für den aktuellen Spielstand relativ wenig ah da rennt einer runter oder äh rutscht runter vielmehr ist geplatzt ich hab eigentlich nur ich bin nur auf dem Zug gerannt äh da ist ne lila ne Shotgun äh um Schaden zu machen während man rutscht achso ich nehm mal die die Shotgun mit ja nimm die Shotgun mit weil mit dem Sniper bin ich nicht so es sind einige Drohnen hier aber die MP die fetzt die hat fast keinen Rückstoß die MK7 äh ne die die ähm ach so die kleine ja die Stinger SMG ähm bist du eigentlich wo bin ich eigentlich ich bin hoch zur ja ich ich rutsche zu dir hin ich frag mich grad was dieses Ausrufezeichen ist dieses weißes siehst du das? äh ja ist das ein Landmark? das ist wahrscheinlich unter der Brücke wahrscheinlich ja naja ich bin's nochmal unter die Brücke zu kommen boah scheiße ich hänge im spiel ich nicht boah ok ok das schleudert einen nach oben ja das hat mich grad voll gegengeschleudert auch noch Sandok das weiß vielleicht ist es das ja aber man bekommt keinen Fallschaden vielleicht so wer schießt denn jetzt hier aber wenn ich jetzt das Ding nehmen will kann ich mich dann hochschleudern ja das ist ja das ist das ist fast wie die Sprungbretter auf den auf den Brackdingern mhm mhm da gibt's ja auch irgendwo brennende brennende Ringe irgendwie wo man durchspringen kann habe ich vorher nur gesehen bei einer Aufgabe ok jetzt habe ich's auch gehört dieses Geräusch naja dieses umschleudersche ja da bauen welche beziehungsweise schießen welche mindestens zwei und hinter dir ist eine blaue Kiste ah vielleicht ist auch das das Geräusch das kann ja auch sein um uns herum fallen die blauen Kisten und keiner merkt's ok ich werd gejagt wo ist denn die blöde blaue Kiste denn noch eine Luft ja das ist eine Luft die ist noch mal entfallen erst wo kommt die runter die kommt glaube ich neben dem neben der Brücke unten drunter und unterhalb der Brücke ja wie ja du guckst mal rein ich schau mal wer hier ballert da ist ein lila sniper oh ich habe ein goldenes ah ok was will ich denn ich hab doch ein goldenes wäre schon fast lose wäre schon fast losgal haben es zu holen oh da vorne fallen Bäume heftig gerade zu einem riesigen baumfallen ja habe ich bis jetzt da ist einer und da bauen welche aber ich würde es jetzt ungern anlocken ich denke die werden eh bei zeiten auf uns zukommt also wenn du willst wie gesagt da ist ein zelt da könntest du dein goldenes sturmgewehr dann hast du verlierst es halt für die runde ich habe einen lilan ich habe auch ein lilanes jetzt sind wir überhaupt noch sechs leute oder warte mal ich da ist irgendeiner ach der landet der fliegt der hat ein falscher ja ich sehe siehst du mehr als ich sehe mich nicht da ist in die richtung naja wenn da auch am berg rennen sie rum naja ich sehe es die bauern da krabbelt einer ach die versuchung ist so groß den zu knipsen wie lang kann man denn krabbeln im bus land ist sondern dass du quasi nochmal abgeworfen wirst das ist auch interessant ein bisschen unberechenbarer kann keine ach das sind die kronen ich glaube ich glaube da war jetzt da hat sich so angeboten jetzt eingebaut oder er hat da zu ach du bist schon ein bisschen vor ich bin schon ein bisschen vor ach so das ist der letzte ich bin schon ein bisschen vor 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 Er ist direkt über mir. Oh, jetzt sind wir golden. BAM! Jetzt sind wieder wir golden. Vier Kills, nice. Echt? Da habe ich einen. Oh, ich baue auch vier. Echt? Na ja, dachte ich mir doch. Oh, noch siebenmal Busfahrt tanken. Sehr schön.